Ihr findet das putzig, habe ich recht? Menschen sehnen sich so verzweifelt nach jemandem, der ihnen Halt gibt, dass sie nehmen, was sie kriegen können. So, heute ist der große Tag. Weißt du jetzt, was du dir wünschst? Eine Katze. Bei uns sind Haustiere nicht erlaubt. Hier gehört das Gebäude. Sie kommen mir bekannt vor. Ich bin Tom Brandt, ich bin Firebrandt. Ja, ich leg die Katzenklos immer mit alten Zeitungen aus, dass ich wohl öfter ihr Gesicht schätze. Ja. Sie mögen Katzen nicht. Ich nehme jetzt irgendeine Katze und dann bin ich wieder weg. Nicht, Sie nehmen die Katze, die Katze nimmt Sie. Okay, Mietzelkatzen, tun wir es. Also, wie geht's Ihnen da drin? Echt jetzt? Wieso passiert mir das? Sie war nie für ihre Familie da. Ihr Körper ist sehr geschwächt, wenn er sich verabschiedet. Niam, niam. Sieht aus wie schon mal gegessen. Bleiben Sie für den Rest Ihres Lebens eine Katze. Du bist eine Katze, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Du schaffst das. Sehr elegant. Toll. Versuch du es doch mal. Diese Katze sollte man einschläfern. Ertränk mich einfach. Haben Sie sich noch mal gefragt, warum Sie in diese Situation geraten sind? Ich hab's versucht zu googeln, aber es gibt kein Touchscreen für Pfoten. Schaffen Sie dieses Mist hier weg. Sehr elegant. Für eine Katze gar nicht so übel. Zeigen wir es Instagram. Hey, los, verzieh mich. Hey, get. Punktlandung.